Pflanzen was ein, ne? Oh ja. Und was kann man mit Karotten machen, außer essen? Ähm, Karottenkuchen, glaub ich. Okay. Na, warte mal. Ka-rotz. Man kann eine goldene Karotte machen. Ah. So eine Karottenrute. Karottenrute? Ja. Du warst böse. Pfff. Ja. Eiskalt. Ins Gesicht. Ich werde vielleicht mal was gucken. So. Mich in der Minecraft-Wiki. Aha. Aber was verrate ich nicht? Okay. So. So. Weiter geht's hier eben. Am Arbeiten hier. Also die Farm hat jetzt schon zwei Nächte gedauert. Das ist schon, finde ich, nicht so viel. Also in meinem Let's Play jetzt, ähm, bei Minecraft, habe ich nur eine Mini-Farm. Eine Mini-Farm, Mama. Und... Ja, genau. Und... Ich bin eigentlich noch nicht so weit. Ich habe schon ein Lagerhaus. Und... Dies, das. Aber naja. So, okay. Mal gucken. Bald kommt ein neues Gebäude dazu. Was ist... Was ist es? Sag ich noch nicht. Das soll... Sollt ihr dann selber sehen. Ah, 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 ah. Da... Woll ich euch das nur noch vorenhalten. Ihr lieben Gucker da draußen. Oh ja. Und... Soll ich mal ankündigen, oder noch nicht? Was würdest du ankündigen? Dass dein Penis... Dass dein Penis gewachsen ist, oder was? Mit der neuen Person? Nein. Das ist... Das ist alles... Muss man mal erwarten. Achso, ich weiß aber, wie die heißt, ne? Was denn? Ja, die heißt Mama. Nein, die heißt... Der ist die Mama. Oh, die heißt Mama? Geil. Alter. Mama! Mama! Abwischen kommen. Abwischen kommen. Abwischen kommen. Oha. So, jetzt brauche ich ein Spinnenauge. Habe ich glaube ich bei mir unten... Ja, ich habe... Ich habe auch irgendwann noch. Ich gucke gerade mal. Warte. Warte. Äh... Boah. Alter. Muss ich nennen. Sorry, wenn ihr es gehört habt. Uah. Uah. Ach mal, hast du Heuch gepfen, oder was? Ne. Aber wenn man dort arbeitet, wo ich arbeite, ist Schnupfen ein täglicher Begleiter. Also... O... 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 Ein PDA-Belleiter? Wie täglich? Jeden Tag? Ja, aber ständig. Sprich Kindergarten. Richtig. Ich kriege gleich einen Drops. Drops. No. Und wie ist das so mit Kindern zu arbeiten? Geil. Wenn sie jeden Tag schreien? Das ist immer ein Vorurteil. Das stimmt ja gar nicht. Die schreien nicht immer. Ja, aber okay. Die schreien nicht. Nur wenn sie dich sehen würden. Aber das... Nein. Das ist... Das ist ein Vorurteil. Muss man sagen. Okay. 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 Weil die schreien nicht immer. Natürlich ab und zu mal, wenn sie einen Willen oder irgendwas wollen, aber dann nicht bekommen. Gibt es auch so Zickereien zwischen Frauen da oder zwischen Mädchen, was du sagen? Wie? Ja, jetzt ziehen sie sich mal so an und schreien und so. Ey, das ist meine Puppe. Nein, das ist meine Puppe. Natürlich streiten sich Kinder, aber das ist ja ganz normal. Von nachher. Hm. Dann ist schadens mal. So, die Farm ist so erstmal fertig. Dann ist schadens. Ja. Dann schreib ich glaube ich nur noch... Mach mal ein paar Schilder, wo was ist und alles und äh... Tu sie hin. Genau. Hm? Hm? Oder nicht? Ja, ich guck grad drüber. So. Frio Stone. Okay. Selfie Map activated. Wieso, wenn man mit einem redet? Wieso, wenn man mit einem redet? Oder, wenn man mit einem aufsteht. Hello! Das ist ja voll geil immer. Okay. Soll ich draußen eine Truhe hin tun, wo wir die alle reintun? Kannst du machen. Äh, das klappt. Das gleich brauche ich noch. Äh, also so. Rubber, tu ich da rein. Du steckst, tu ich da rein. Du tu ich da rein. Ja. Mal gucken, ob es so klappt, wie ich mir das jetzt grad vorgenommen habe. Mal gucken. Okay. Klappt, super. Hehehehehe. 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 Die Leute haben es natürlich jetzt schon gesehen, was ich jetzt grad gemacht habe. Aber nichts verraten. Okay, ich hab Angst vor dir langsam. Oh nein, alles gut. Okay. Okay. Haben wir irgendwo Salz? Salz? Ja. Oder Zucker. Nee, Sugar schon. Sugar. Sugar? Ich kann immer schnell Sugar machen für dich. Und haben wir auch noch einen braunen Pilz? Also hast du irgendwie braune Pilze oder sowas? Ich hab glaub ich keine hier. Okay, shit. Wie viel Zucker brauchst du? Ein Zucker. So, jetzt hab ich grad 10 gemacht. Ohhhh. Egal, du kriegst jetzt 10 von mir. Okay. Geil, wie du mich angespuckt hast. Hehehehehe. Geil. Und der Rest? Und jetzt, aber du hast keine Pilze oder so hier drin? Nein, hab ich nicht. Haben wir keine Pilze gesammelt? Weiß ich nicht, ich hab keine. Ohhhh, fuck. Ich hab kurz die Farmen beide auf. Okay, dann muss ich mal eben nach Pilze suchen. Ich hab was vergessen bei einer Farm zu bauen. Etwas ganz ganz wichtiges. Pilze, wo seid ihr? Äh. Put, 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 put. Pilzi. So, ich mach mal kurz eben die Farmen nochmal schnell zu Ende. Ich hab was vergessen. Oh, wie scheiße sind die ganzen Pilze? Ich hab keine Ahnung, frag mich nicht. Ist es noch Tage draußen? Ja. Wo sind meine Pilzis? Oh, Alter. Meine Pilzis. Was ist? Ich bin grad der, der nach hier grad. Ich bin grad der, der nachgeladen. Seht's gut. Oh, wie sieht's hier aus? So, in der Farm. Alles super, alles gut. So. Alles super. Also wenn alles so gewachsen ist soweit, dann werde ich auch sofort entfarmen. Hä? Hä? Okay. Was ist? Na ich guck grad ob wir noch in... Ah! Braune Pilze! Geil! Oder tut das hier hin? Schmuck mal. Wir haben hier noch Sachen hier drin, bei uns drüben. Wie? Da sind hier noch Sachen. Feuersteine, Glasscheiben... Alle mit! Zäune... Lohnrute... Zäune haben wir noch? Ja. Hast du mir früher sagen können? Ja das wusste ich doch nicht Junge. Ich glaube die Algonenlöp reißen wir immer an. Muss ich ja auch. Alles gerade sagt er ich muss es auch. Du kleiner Hohn ey. Alter! Tja! So. Mal gucken wir mal hoffentlich geht das. Was hat denn gebaut? Ne ne das darf ich nicht verraten. Wieso nicht? Das ist geheim. Wie bei Edward Snowden zum Beispiel. Was denn? Edward Snowden? Was ist das denn? Kennst du den nicht? Wer ist denn Edward Snowden? Aus der USA dieser von der NSA? Ne sagt mir nichts. Der Asyl in Deutschland beantragt hat. Geil. Geil. Weiskeit. Den würde ich rein nehmen. Komm her. Kannst du uns kommen. Warum würdest du ihn rein lassen? Weiß ich nicht aber so. Ich habe gerade ein Problem. Ich komme nicht raus. Das ist traurig ey. Das macht mich traurig. Was du da machst. Was du da nicht rauskommst. Oh. Ich komme raus. So. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken wie ging das nochmal. Ähm. Ähm. Da. Hm. Okay. Ach. Okay. So. Ich habe ein kleines Problem hier. Weil das doch die Farm für die äh. Für Zuckerrohr. Aber ich glaube das brauche ich lieber doch woanders hin oder? Ne. Das brauche ich da hin. So. Trank. Das wächst alles hier schon so weit. Sehr sehr gut. Das rein. Das wächst auch. Das wächst auch. Die ersten Strings sind schon fertig. Strings. 1, 2, 3. I wish you never marry you. Boah. Alter Junge. Was ist mit dir los ey? Ich habe halt irgendwie so in Hochzeitslaune irgendwie. Alter Junge. Was geht ab ey. 2, 3. Warum? Was sind das? Das ist die Wolfgang. Du kannst die Johan die auch paaren. Wie denn? Ich glaube mit Knochen glaube ich. Ich weiß auch nicht genau. Ne. Ich glaube mit Knochen kann man sie schütten. Ähm. Na du. Boah. Die wollen sie nicht überschlagen. Alter Junge. Wenn du das machst, du bist tot. Das weißt du ja. Und die werden nicht immer jagen dann. Nein. Oh die lieben mich. Und was vielleicht die Grille? Dann grill ich dich. Was soll ich mal machen? Oh. Guck mal. Die lieben sich. Mal gucken. Ich lass sie jetzt mal. Oh. Guck mal. Oh. Juhu. Einmal ist ein Glied in der Wolfgang. Geil. In der Wolfgang wird immer gut. Irgendwann hab ich hier so 20.000 Hunde ey. Können wir doch alle da draußen einsperren? Nein. Die kommen schon hier rein. Das sind doch keine Straßenhunde. Hä? Wieso hat der Hund sich gerade eben wehrtan? Wo? Was? Welcher Hund? Irgendwann hat sich keinem... Äh. Äh. Der weiß noch klein ist. Der ist noch klein. Der pfiept ja so. Oh wie süß. Was noch ein Babyhund ist. Der vermisst dich weißt du. Hä? Wieso höre ich gerade hier eine Spinne? Hä? Warte mal. Warte mal. Richtig doch. Ach da bist du! Spinni. Schade, ich kann ich nicht anzünden. Weil du von außen bist. Warte mal. spinni ich habe ein problem eben wir haben gegen uns nicht nur so viel zu verarschen hast du noch um scheiße ich habe kein problem ich brauche den ganz 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 schnell um was machst du da war eine spinne alter wenn ich ein spinnenauge habe kannst du mir wieder geben ich habe keine alter wie erschrocken alter naja wie süß äh was von mir gleich vor dem mann ich muss was nachkommen Nein 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 Nein! seine Engel Haus find ich Glas Hast du noch Glas? eaaaa...ga...das bräuch das selber ich brauch nur 6 stück Warte mal. Ja. Juhu! Ich blöde mal im Kostein Table, ja? Ja. Ist ja gut, ihr Hundis. Willst du mich nicht angreifen, ja? Mal gucken. Wenn du mich angreifst, dann greifen sie mich auch an. Mal gucken. Mal gucken. Hehehe. So. Activated. Alter, ich hab Angst vor deinen Hunden, Alter. So hattest du ja auch. Lass mich angreifen. Das wäre der Sinn dabei gewesen. Oh ne, dass du hier keinen Blödsinn machst. Dass du mal so Angst machen musst, ey. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht hier. Mama, das geht gar nicht. Oh, Mama, das geht nicht. Ah no. Ja, Mama. Ich will mal sagen, ah no. Wollen wir mal kurz pennen gehen? Wollen wir mal kurz pennen gehen? Wollen wir? Mann, das nervi. Ich kann nicht pennen gehen. Ja, warte. Monster Snurvy. Spinne! Ich hör noch, ich... Ach du bist da, du da da... Wow! Dummes Viech. Hm, mal gucken. So, dann geh ich jetzt erstmal schlafen. Oh... Ah, ah, jetzt hat die Tour wieder. So, ich bin jetzt gleich am Bett. Und... Ich bin im Bett. Warte. Ich bin auch im Bett. Ich will kurz zwei Spinnen töten. Mach das. Ich hab ein Spinnenauge. Brauchst du eins? Ja, kannst du erstmal sammeln, wenn du noch ein paar hast. Kannst du mir gerne geben. Okay. Ah, wie dieser süßer Hund immer so... so schreit. Was? Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Nein, ähm... Oh Gott, ey. Ah, geht doch gut los hier. Ähm... Ähm... Ja, die ersten sind... sind schon fertig hier. Die allerersten... Fäden hier. Soll ich schon alle mal aber ernten? Mach das. Ah, und ich brauch Pelze. Das rieb mich so auf. Juhu, zwei Spiced Wings und zwei... äh... Flex Seeds. Okay. Und nochmal zwei Spiced Wings. Nöber ein Spiced Wings. Schal. Jetzt riech ich hier auf Pilzjagd. Mama, riech ich hier auf Pilzjagd. Mama, ich bin auf Pilze. Irgendwann hat der Hund schon. Hallo. Himmel. Was ist? Der Hund ist irgendwo jetzt hingerannt. Warte. Hallo? Ach, das ist ein Hundi. Süß. Ach, das ist ein Creeper. Zwei Creeper. Wo? Was war das? Creeper. Was? Verarschen? Äh... Carter? Ja? Guck dir bitte mal her. Wo bist du? Wo bist du? Äh... Bei der Farm. Hier ist ein Creeper explodiert. Verpiss dich! Dieser... Rops, 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 rops. Ich komme nicht mehr raus! Oh, ich bin raus. Alter, ey, musst du mich anzünden? Hab ich doch gar nicht. Nein! Überhaupt nicht! Nee. Würde ich auch nie tun, ne? Ey, du weißt, ich bin gegen Gewalt. Gesundheit. Gesundheit. Oh, danke! Aua! Der kam von Herzen. Mein Hör, mein Hals. So. Gehen wir jetzt mal auf Pilzlagt. Ja. Oh, Alter. Der hat noch reingehauen, du. Wieso muss der Creeper auch aus der Jetzt kommen, Alter? Ja, die kommen alle her. Ich weiß auch nicht, ob hier irgendwelche spawnen in der Nähe sind. Ich hab keine Ahnung. Das kann gut sein, ne? Ja, das kann gut sein, aber ich weiß es nicht. Man kann ihn auch nie wissen. Ach, die sind schon mal kühl. Ich hab aber keinen. Ich hab aber nichts zu messen.